Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus JAMA Network Open vor. Es geht um die globale Inzidenz neurologischer Manifestationen bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19a von Sherry, Shoe und Coworker. Obwohl SARS-CoV-2 hat derzeit im Kenntnisstand das Gehirn nicht infiziert, leiden 8 von 10 aller hospitalisierten Covid-19-Patienten unter neurologischen Symptomen. Dies zeigt die Analyse aus mehreren Patientenregistern, die jetzt in JAMA Network Open veröffentlicht wurde. Schon zu Beginn der Pandemie war aufgefallen, dass viele Patienten unter neurologischen Beschwerden leiden, von diesen die Anosmie, Argoysie, der Verlust von Geruchs und Geschmacks sind das auffälligste, aber längst nicht das einzige Symptom war. Die US-amerikanische Neurocated Care Society richtete frühzeitig ein Patientenregister ein. An der Global Consortium Study of Neurologic Dysfunctioning Covid-19 GCS NeuroCovid beteiligten sich auch Kliniken in anderen Ländern. Die European Academy of Neurology etablierte ebenfalls ein NeuroCovid-Register. Ziel war die Erfassung der neurologischen Manifestation der Erkrankung und die Suche nach möglichen Risikofaktoren. Es wurden jetzt die Einträge in den beiden Registern zu 3.743 Patienten ausgewertet. Es zeigte sich, dass 82% während ihres Krankenhauses neurologische Manifestationen hatten. Die häufigsten selbstberichteten Symptomen waren Kopfschmerzen 37% sowie Anosmie, Argoysie in 26%. Die häufigsten von den Ärzten bemerkten neurologischen Anzeigen und oder Syndrome waren eine akute Enzephalopathie 49%, 1,17% sowie Schlaganfälle 6%. Meningitis und oder Enzephalitis waren dagegen selten in 0,5% der Fälle. Patienten mit neurologischen Vorerkrankungen von Gehirn-, Rückenmark- und Nervenerkrankungen bis hin zu chronischer Migräne, Demenz oder Alzheimer-Erkrankheit hatten ein zweifach erhöhtes Risiko, im Rahmen ihrer Covid-19-Erkrankung neurologische Komplikationen zu entwickeln. Es wurde eine adjustierte Odds-Ratio von 2,23 mit Konfidenzintervall von 1,8 bis 2,75 ermittelt. Außerdem erhöhte das auftretende neurologische Symptome, das Sterberisiko, adjustierte Odds-Ratio 5,99, 4,33 bis 8,28. Besonders ungünstig waren eine akute Enzephalopathie, adjustierte Odds-Ratio 5,51, Konfidenz 4,01 bis 7,57 und ein Koma, adjustierte Odds-Ratio 7,70, 95% Konfidenz 5,65 bis 10,50. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der aktuellen Publikation in JAMA Network Open.